Hörner, Spaß! So, Freunde, heute schubt mir wieder ein neues Video und zwar eine weitere Umfrage zur WM in Katar. Und, Freunde, schreibt ihr doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass die WM in Katar stattfindet. Aber ihr dürft natürlich nicht vergessen, zuerst den Sketch zu schauen. Ihr sollt ja nicht gespoilert werden hier auf dem Kanal. Also ist wie immer unten verlinkt und, Freunde, kommt zurück ins Video und lasst noch ein Abo da. Heute ist es auch echt ein Kampf gegen die LKWs, Alter. Am Montag wird wieder alles aufgeladen. Ja, einen Tag nach Karneval ganzen leeren Bestände auffüllen. Alter, das kann noch nicht wahr sein. Das sieht gar nicht gut aus. Gucken wir das Thema weggehen. Erste Frage ist, werden sich die WM in der Haust? Das ist es. Und ja, das ist fair insofern, dass es eben für alle gleich unfair ist. Geil. Bisschen ums Thema rumgeredet, aber... Unreal Tournament spielen. Arrenium Sunning, was ist das? Das war dieser Trend, wo alle ihr Arschloch in die Sonne gehalten haben. Das ist noch gar nicht so lange her. Was? What? Ich hab's nicht mitbekommen. Das ist es. Vor allem das Geilste ist, es ist nie angeschlossen. Eigentlich würde der Popschutz komplett reichen, aber wir haben einfach wirklich so ein Mikrofon aus Y-Titty-Zeiten. Können wir es nicht aus Y-Titty-Zeiten, sondern das steht für YouTube. Nee, das ist Y-Titty. Das ist ein Y-Titty-Relikt. Dann einmal das Mikrofon bitte. Digga, ich bin 14, für mich bist du einfach nur alt. Wollt ihr es schon selber nehmen? Digga, ich bin 14, für mich bist du einfach nur alt. Krasser Bartwuchs auf jeden Fall. Cringe. Cringe. Voll cringe jetzt, die Stille. So, wir haben jetzt Sharky. Und Sharky ist mit dabei. Was halten Sie von der WM? Lass mal ganz kurz einen Soundcheck machen. Ja, WM, ne? Ist mir eigentlich schnuppelpieps egal. Was ist denn das jetzt hier auf der Kamera? Das ist Sharky. Der bringt Glück. Lenkt er sie von Fragen ab. Nee, ist okay. Ich muss mich nur dran gewöhnen. Nee, ist okay. Rosa Nippel da oben drauf. Dann komm am besten von dort. Halt schon mal rein. Ja, nicht so weit, Junge. Der fährt jetzt irgendwie in eine Schwester rein. Also, ich guck nur die Deutschlandspiele. Die guck ich schon. Und die Spiele, in denen sich entscheidet, gegen wen Deutschland spielt. Und die Spiele, die entscheiden, wer in den Entscheidungsspielen, gegen wen Deutschland... Ficken. Lenkt der dich so ab, der Sharky? Nein, das ist auch nicht Sharky. Komplett zart. Ich will das mit gegen... Ja, komplett zart sein. Aber am allerschlimmsten finde ich die Stadionwurst. Hört nicht Spaß? Mit Wurst, das krieg ich nicht hin. Stadionwurst. Aber für mich hat's auch voll rausgehört. Ich hab'n scheiß Augen gesehen, ihr Wichser. What's your problem? Ey, wie kann das sein, Alter? Aber am schlimmsten ist für mich die Stadionwurst. Ja, da war... Oh, fuck! Fuck! Nein! Nein! Oh nein, es geht los. Was sagen Sie zur Entwicklung? Was sagen Sie... Fuck! Okay. Okay. Wurst. Das ist traurig, das ist nicht lustig. Kannst du einmal mit Pommes Schranke sagen? Noch ein paar Euro mehr und ich nehm das nächste Mal. Statt Pommes Schranke einfach nur Ronaldo dazu. Pommes Schranke, Digga. Das hab ich wirklich noch nie gehört. Aber am schlimmsten ist für mich die... Der Wichser guckt einfach weg. Die WM-Vergabe läuft völlig korrupt. Oh nein! Komm, wir können irgendwas schneiden. Ja, wir schneiden was, oder? Wir haben euch kein Licht mehr für Klaus. Wir nehmen das einfach in die Outtakes am Ende rein, damit die Leute wissen, wie hart das war. Allgemein. Ja, dann komm ich noch mal zur Stadionwurst. Dieser Preis ist völlig überteuert. Ja? Pommes Schranke, Rot-Weiß. Pommes Schranke. Ihr Wichser! Ja, geil! Komm, oh, Mikro ist nur voll am Watt! Ja, das ist komplett ab! Lass mich mal schauen. Ja. Ja, du hattest ja so eine Lücke sonst immer. Ja. Aber findet ihr es so schlimm? Also ich mein, dann hat er halt mal ein bisschen länger im Bart. Ja. Der Bart verändert sich ja auch ein bisschen. Drum hier mal mit Schlägen. Du Arschloch. Ja, doch. Ja. Nicht nur hier Museum. Wieso waren wir da noch nicht? Ja, ne? Ich krieg nach einem Museum vor uns. Dann abgedreht! Abgedreht! Abgedreht!